Es gibt eine Reihe Notebook- und Computerhersteller, die ihr eigenes Betriebssystem mitbringen. Wie zum Beispiel hier in dem Falle Taxido Computers, die auch das Taxido Betriebssystem oder Taxido OS mitbringen. Habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Oder ein anderes Beispiel System76, die Notebook- und Computerserie mit ihrem eigenen Betriebssystem PopOS. Und ich habe jetzt noch einen weiteren Notebook-Hersteller gefunden, und zwar Primebook. Primebook.in sagt uns schon, das kommt aus Indien. Primebook stellt ebenfalls eigene Notebooks her. Allerdings ist dort kein Linux drauf, sondern ein Android-Klon namens PrimeOS. Und das schauen wir uns mal genauer an. Also, schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS. Und heute schauen wir uns mal PrimeOS an. PrimeOS ist ein Android-Betriebssystem aus Indien. Und wird quasi als Standard-OS für die Primebooks mitgeliefert. Wenn ich jetzt hier mal auf PrimeOS draufklicke, ich kann es ruhig mal alles ein bisschen größer machen. Dann komme ich hier auch schon ein bisschen auf Vorschauen. Man sieht das Ganze hier schon sehr schön. Aber eben weiter unten auch ein bisschen auf die Spezifikationen. So, hier haben wir diese. So, da haben wir so ein Primebook. 2 GHz Prozessor oder Prozessor-Frequency. Und hier steht eben Android 11 in Klammern PrimeOS. Da ist also ein Android drauf. Und ein ARM-Mali-Prozessor ist drin eingebaut. Eine SIM-Karte gibt es dann. 4 GB RAM. Und eine 64 GB Festplattenspeicher. Also EMMC-Speicher. Das klingt erstmal ziemlich wenig. Ist aber für ein Android-Betriebssystem oder überhaupt für ein Betriebssystem dieser Art gar nicht so wenig. Da man vieles sowieso einfach in die Cloud speichert. Oder man dann zum Beispiel ein externes Laufwerk oder eine größere Speicherkarte reinsetzen kann. Das erinnert einen so ein bisschen an Google Chrome OS. Oder die Chromebooks. Aber Chrome OS ist noch ein kleines bisschen anders. Könnte man aber schon ein bisschen mit vergleichen. So, um überhaupt auf das Betriebssystem PrimeOS zu kommen, gehe ich einfach auf primeos.in. Und dann komme ich auf diese wunderschöne Seite hier, die ein wenig überladen aussieht. Das liegt aber eher an dem Hintergrund. So, ist ein ideales Android-basierendes Betriebssystem für Mobile Games, für Laptop und PC. Das sagt uns also auch, dass PrimeOS überall installiert werden kann. Nicht nur auf Primebooks. Da haben wir schon mal so ein bisschen Vorschau. Und das sieht ja schon sehr reell aus hier. Okay, sehr gut. Und ja, mehr gibt es auf dieser Seite hier gar nicht zu sehen. Da kann man hier einfach mal auf Downloads klicken. Und hier, Select Option, kann ich mir jetzt aussuchen. Möchte ich das Ganze für ein Raspberry Pi 4 haben. Da kann ich es nämlich auch drauf machen. Dann habe ich wieder so eine Art kleine Gaming-Konsole. Oder eben ein x86-System. Das wähle ich jetzt aus. Und dann gibt es hier noch die jeweilige Version. Da gibt es zum Beispiel PrimeOS Android Version 11, Android 7, Mainline Standard Classic. Ich habe das Ganze jetzt mit Android, ich glaube, 7 Mainline probiert. Ich werde jetzt mal Android 11 hier testen, ausprobieren. Und ich nehme dazu eine ISO. Man kann auch, wer Windows benutzt, eine Exe-Datei herunterladen. Da ist dann so eine Art ISO oder ein Media-Maker drauf. So, dass man dann einen bootfähigen Stick oder eine bootfähige DVD brennen kann. So, ich nehme aber hier die ISO und lade das Ganze hier einfach mal runter. So, und wenn das so runtergeladen ist, dann werde ich jetzt hier einfach meinen Stick nehmen. Und werde das einfach mal direkt auf den Stick drauf brennen. So, da haben wir hier PrimeOS. Einmal drauf. Select Target. Dann nehme ich hier den Stick, wo jetzt ein Arch drauf ist. Einmal auswählen. Und einmal flashen. So, something went wrong. Permission denied. Okay. So, ich habe jetzt Balena Edger mal als Root gestartet und hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich weiß gar nicht, warum das diesmal jetzt nicht klappt. Das hatte ich bisher noch nicht gehabt, das Problem. So, PrimeOS. Und dann Arch.iso. Aspect of Flash. Und ja, jetzt scheint das wohl zu funktionieren. Ja, seltsam, warum das nicht geklappt hat. Gut, dann warten wir kurz ab. Und wechseln dann, wenn er mit Flaschen hier fertig ist, direkt auf meinen HP Testrechner. So, jetzt reingesteckt den Stick in den Rechner. Und hier sind wir auch schon im Bootloader, im Bootmenü. Das ist ein sehr schöner Bootloader. Und zwar handelt es sich hierbei um Grub. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, direkt in die PrimeOS Instanz reinzugehen, direkt live. Dann kann ich es aber nicht installieren. Ich möchte es aber installieren und gehe hier einfach auf PrimeOS Installation. So, jetzt werden mir hier schon eine Reihe von Festplatten angezeigt. Meine Toshiba-Platte und die Platte von meinem NAS. Das heißt, meine Veno-Score-Festplatte, auf die ich das Ganze installieren möchte, ist hier nicht angezeigt. Da gehe ich einfach auf Create und Modify Partitions. Und hier ist sie auch schon ganz oben, blau markiert, SDA. Die möchte ich haben, deswegen wähle ich diese aus. Und werde jetzt hier einfach zwei Partitionen anlegen. Und zwar wird das ja eine UEFI-Installation. Das heißt, ich brauche zwei Partitionen, eine Boot-Partition und eine Root-Partition. Und wir fangen dann quasi an. Der erste Sektor, das sieht man jetzt hier unten im Bild, wird hier nach dem ersten Sektor verlangt. Das kann so bleiben. Der zweite Sektor gibt quasi die Größe an. Und hier gebe ich dann einfach ein, plus 300 M, 300 MB. Ich denke, das sollte für einen Bootloader auf jeden Fall reichen. Dann einmal den GUID-Code oder den HEX-Code. Das ist EF00, weil das eine UEFI-Boot-Partition ist. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, diese Partition noch zu benennen. Ich nenne sie einfach Boot mit Großbuchstaben, dass man das dann auch mal auseinanderhalten kann. Und dann haben wir auch schon die erste Partition angelegt. Und jetzt gehe ich hier direkt zur zweiten, zum freien Platz. Einmal drauf. Und erster Sektor kann so bleiben. Der zweite auch. Ich nehme quasi den Rest. Und Standard GUID-Code ist 8300. Das ist im Prinzip das Linux-Dateisystem. Auch das lasse ich so, wie es ist. Das ist in Ordnung. Und benenne das Ganze als Root. Sehr gut. Dann haben wir diese beiden Partitionen angelegt. Eine Swap-Partition brauche ich nicht. Ich glaube, für Android ist das tatsächlich nicht notwendig. Und dann kann ich jetzt einfach auf Write gehen. Einmal hier. Dann einmal auf Yes eingetippt. Und dann ist das Ganze fertig. Und ich gehe dann auf Quit. Wo haben wir es? Hier, Quit. So, jetzt wird das Ganze auch schon angegeben. Und hier ist als Label schon PrimeOS drauf. Und das liegt eben daran, dass er das scheinbar hier erkannt hat, dass ich die jetzt hier mit PrimeOS erstellt habe, hat er das selber schon gelabelt und sogar schon ein Dateisystem formatiert, nämlich EXT4, wie wir hier sehen. Sehr gut. Und ja, dieses EXT4 nehme ich im Prinzip auch für die Installation. Ich mache jetzt hier einfach nochmal EXT4, muss aber nicht nochmal gemacht werden. Ich sage Yes. Dann wird das Ganze nochmal formatiert. Und jetzt fragt er mich, ob ich EFI Grub 2 installieren möchte. Ich sage Ja. Und das hatte er auch schon erkannt. Da hat er auch die Boot-Partition bereits erkannt, weil ich sie schon sehr gut vorbereitet habe. Und jetzt installiert er sogar direkt PrimeOS auf die SDA 2, also auf die Root-Partition. So, und dann ist die Installation auch schon durch. Das ging tatsächlich recht zügig. Ich war quasi insgesamt knapp 3,7 GB. Und jetzt kann ich direkt PrimeOS starten. Dann wird es allerdings von der ISO quasi live gestartet. Oder ich kann das System einmal komplett rebooten, quasi einen Neustart machen. Und dann wird von der Festplatte gebootet. Und das machen wir auch. So, und dann befinden wir uns hier schon in der Ersteinrichtung. Welcome to PrimeOS. Einmal fortfahren. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, einen Benutzernamen einzugeben. Und ich sage mal einmal. Okay. Da ist also die amerikanische Tastatur eingestellt. So, dann Calcutta ist nicht unsere Zeitzone, sondern wir... Oh, ich muss hier entgegengesetzt scrollen. Wenn ich also runterscrollen möchte, dann scrollt er eigentlich nach oben und umgekehrt. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. So, ich gehe auf Europe. Berlin funktioniert nicht. Also nehme ich Amsterdam, weil kein Berlin verfügbar ist. So, hier haben wir noch ein paar Lizenzen, die wir hier bestätigen müssen. Alles klar. Machen wir. Ja, und schon sind wir drin. Herzlich willkommen bei PrimeOS, dem Android für den PC. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben wirklich einen wunderschönen Hintergrund. Das erinnert mich so ein bisschen an Zorin OS sogar, vom Design her. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und Zorin OS habe ich tatsächlich hier auf diesem Kanal schon behandelt. Einfach mal oben auf dem i. So, hier haben wir ein paar USB-Anschlüsse. Das heißt, hier werden wahrscheinlich USB-Devices erkannt. So, und dann werden jetzt hier auch gleich schon im Hintergrund Updates durchgeführt. Es ist im Prinzip ähnlich wie beim Smartphone, beim Handy, beim Android-Smartphone, wo dann automatisch die Updates gleich im Hintergrund durchgeführt werden. So, hier haben wir Android Discover Trust. Say Hello to Trust. Es scheint so eine Art, ja, Virenscanner oder Virenschutz zu sein, beziehungsweise, ja, so eine Firewall nehme ich mal an. Aber sei es drum. Dann schauen wir mal an, was wir jetzt hier so haben. Wenn ich hier Rechtsklick mache, auf dem Desktop-Hintergrundbild, dann kann ich tatsächlich Style und Wallpaper ändern. Allerdings werden hier die Wallpapers nicht so richtig angezeigt. Was natürlich ein bisschen schade ist. Und hier kann man dann auch einen Style noch ändern. Ich nehme mal an, diese Styles kann man zum Beispiel im Internet einfach runterladen oder hier sogar selbst erstellen. Wird daran jetzt hier mal nicht rumdoktern. Und darf auch nicht vergessen, es handelt sich hierbei jetzt um eine Beta immer noch. Das ist immer noch nicht Produktivsystem, sondern immer noch Beta. Aber es scheint wohl schon sehr funktionabel zu sein. So, hier auf dem Desktop haben wir einmal die Desktop-Einstellung. Es reicht tatsächlich ein Klick und dann öffnet sich das Ganze. Und das sind diese Standard-Android-Einstellungen, die man eben so hat. Ich schaue einfach mal nach, ob wir hier die Möglichkeit haben, die Sprache zu ändern. Das sieht sehr, sehr gut aus. Add Language. Und dann nehmen wir D wie Deutsch. aus Deutschland. Und dann möchte ich bei Remove das Englisch einfach wegmachen. Text will be displayed in another language. Jawohl. Einmal Remove. So, jetzt ist das alles auf Deutsch. Immer sehr gut. Und dann können wir mal schauen, was die Tastatur so hergibt. Die Tastatur ist jetzt hier auf Deutsch geschalten. Also die Bildschirmtastatur. und die physische Tastatur. Da gehen wir mal auf Layout einrichten und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Ich nehme Deutsch. Android. Okay. Gut. Dann nehmen wir das auch. Und dann hoffe ich doch mal, dass das funktioniert. Kann ich ja einfach probieren, indem ich hier oben mal rein tippe. Und ja, das sieht ganz gut aus. Tastaturänderung hat funktioniert. Die Tastatur ist jetzt auf Deutsch. Sehr gut. So. Dann gibt es das Prime OS Hub hier. Da kann ich mich dann auch noch drauf verbinden. Ich gucke gleich mal, was alles so vorinstalliert ist. Und das ist das Tablet, was ich habe. Das ist das Compact Elite. 8300. Natürlich kein Tablet. Das ist meine Labormaschine. Das ist mein Compact Rechner. Gut. So. Dann haben wir hier den Play Store. Da melde ich mich dann nachher mal an. Und dann haben wir hier noch Geogames. Geogames. Login via Mobile. Soll natürlich nicht funktionieren, weil ich keine SIM-Karte drin habe. Müsste ich jetzt hier meine meine Handynummer eintragen. Das möchte ich aber nicht. Deswegen werde ich mich hier bei Geogames nicht anmelden. Können wir mal schauen, was so alles vorinstalliert ist. Wir haben einen Browser. Nehmen wir mal an, das wird der Chrome sein. Jawohl. Das ist der Chrome-Browser. Sieht sehr, sehr gut aus. Und der ist auch vollständig auf Deutsch. Sehr gut. So, was haben wir noch? Wir haben ein Datei-System, ein Datei-Verwaltungssystem. Hier habe ich dann quasi Zugriff auf, ja, im Prinzip meinen ganzen Speicher hier. Und kann dann quasi auf Dokumente, Bilder und so weiter zugreifen. Auch wenn ich eine Kamera hätte, könnte ich dann hier eben auf die Bilder der Kamera zugreifen. Das ist dann alles, was DCIM ist. So. Bei Galerie kann ich dann eben meine Fotos, die sich in diesem DCIM-Ordner befinden, dann entsprechend anschauen oder auch Bilder, die ich zum Beispiel aus dem Netz herunterlade. So, dann gibt es hier FX und FX-Text-Edit. FX ist ein, ja, Datei-Explorer, der direkt von den Machern von PrimeOS kommt. So, und das ist keine freie Software. Also einmal zulassen. So, welcome. So, das ist also keine freie Software, sondern das ist eine proprietäre Software. Damit hat man aber eben Zugriff hier auf dieses Android-Gerät im Prinzip. Und hier wird das ganz kurz erklärt, wie man das eben benutzt, wie man alles markieren kann. Und zwar könnte man so sagen, ist das so ein bisschen wie Nextcloud gemacht. So, wir haben hier einmal FX-Plus-Upgrade. Man kann das im Prinzip auch kostenpflichtig dann noch erwärmen. Und dann gibt es noch FX mit Root-Zugriff. So, dann können wir hier jetzt auch den 7-Tage-Trial starten. Ich sage einfach Ja. Und dann sind wir im Prinzip hier drauf. Ich kann jetzt hier einfach mal ein bisschen größer machen. So sieht das Ganze dann aus. Überall, wo jetzt hier ein Sternchen ist, das sind eigentlich diese Plus, also diese Premium-Features, diese Plus-Features sozusagen, wie zum Beispiel Images und Videos. Und das Coole hier dran ist, ich kann hier in die Einstellungen gehen. Die Sprache hier ist vollständig auf Englisch, weil es nicht systemgebundene Sprache ist, sondern sich direkt innerhalb dieser App befindet. Und zwar gibt es hier den Punkt Web Access. Und dann kann ich hier Admin Access aktivieren und ein Passwort, einmal OK. So, und wenn ich hier dann das Admin Passwort eingetragen habe, dann kann ich direkt auch per Web Browser drauf zugreifen. Und zwar direkt hier auf der Startseite befindet sich ein Punkt, der nennt sich Web Access. Und wenn ich hier draufgehe und auf Start drücke, dann wird mir hier im Prinzip, ja, dieser Web Access Point angezeigt. Und der Port ist 2112. So 000 funktioniert natürlich nicht. Deshalb muss ich erst mal rausfinden, welche IP mein Rechner hier hat überhaupt. Und da gibt es hier einen Terminal. Sehr gut. Und da kann ich ähnlich wie bei jedem anderen Terminal eben auch, ganz einfach eingeben, IP und dann A. Und dann wird mir hier angezeigt, welche IP-Adresse ich habe. Das sieht man schlecht, weil es ein bisschen klein ist. Ich kann es versuchen, ein bisschen größer zu machen. Jawohl, das funktioniert. So 192, 168, 178, 22. Das ist im Prinzip meine IP hier von diesem Android-Rechner. Und dann einfach Port 2112 dahinter. Und dann wechseln wir nochmal hier auf meinen, ja, normalen Produktivrechner. Und dann gebe ich das hier oben einfach ein. Und dann komme ich hier auf diesen, ja, Web Access. Und ja, das Passwort ist, hatte ich ja eingegeben, das wäre dann das Admin-Passwort Root. Und ja, dann bin ich jetzt quasi hier im Browser direkt drauf auf meinem, ja, auf meinem Dateisystem und kann dann von hier aus tatsächlich von überall drauf zugreifen, auf die installierten Anwendungen. Ich kann meine Downloads, Bilder, kann ich hier dann quasi auch runterladen. Das kann ich, ich kann mir sogar Musik, glaube ich, anhören. Da müsste sogar ein Player dann hier mit erscheinen. Aber das ist dann wahrscheinlich erst, wenn Musik auch wirklich drin ist. Es gibt dann auch noch Movies, die kann ich dann von hier, also Filme noch ansauen. Ach ja, hier oben habe ich Music. Genau, dann habe ich hier den Player. Dann werden mir hier meine Musiktracks angezeigt und kann dann hier alles, was Audio ist, dann entsprechend hier anhören. Fotos habe ich dann hier so eine Art, ja, Galerie. Bei Videos habe ich dann einen Videoplayer hier. Und bei Status sehe ich dann im Prinzip auch, in welchem Zustand sich gerade, ja, mein Android-Gerät befindet, zum Beispiel im Akkuzustand oder die WLAN-Stärke, ja, wenn ich das Ganze zum Beispiel auf einem Notebook oder auf einem Tablet, ja, installiere. So, das ist also gar nicht mal so schlecht. So, gehen wir wieder zurück. Und diesen Zugriff kann ich dann hier direkt auch wieder sperren und schließen, wenn ich das möchte. Hier einfach auf diesen roten Knopf dann drücken. Und, ja, das Ganze ist eine Premium-Funktion quasi, eine kostenpflichtige Premium-Funktion, die halt sieben Tage lang kostenfrei ist. Und ich werde jetzt hier mal alles schließen. So, sehr gut. Und dann können wir das hier auch schließen. Und wollen wir mal gucken, was hier noch so weit alles vorinstalliert ist. Also wir haben ja den Browser, einen Dateimanager, haben wir. Wir haben die DevTools, die hatte ich freigeschalten. Freigeschalten, die Freischaltung von Entwicklungstools oder Entwicklertools ist genauso oder funktioniert ganz genauso wie bei dem Smartphone auch. Man geht also über das Tablet oder über das Smartphone, gibt es ja diesen Punkt, also auch bei deinem Smartphone. Und dann gehst du einfach auf die Bildnummer hier unten und klickst da siebenmal drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier steht schon nicht nötig. Sie haben die Entwicklungseinstellung bereits aktiviert. Aber im Prinzip einfach, wenn du deine Entwicklerumgebung aktiviert haben möchtest, einfach siebenmal draufklicken und dann hast du deine DevTools. Wozu sind die DevTools wichtig oder notwendig? Naja, man kann im Prinzip dann bestimmte Einstellungen an- und abschalten. Und gerade beim Smartphone kann man dann auch den USB-Zugriff entsprechend konfigurieren. Wie zum Beispiel hier mit dem USB-Debugging-Modus. Wenn ich also den USB-Debugging-Modus aktiviere, kann ich zum Beispiel das Bild mit übertragen. Ja, dann kann ich direkt zum Beispiel per Fernwartung die Bildübertragung machen und so weiter. Und da gibt es halt noch viele andere Sachen, die man eben mit dem Entwicklungsmodus machen kann, die aber vielleicht für Entwickler eher interessant sind und gar nicht so für den Endnutzer. So, ich habe die Entwicklungsumgebung wieder ausgeschalten. So, dann haben wir, wie gesagt, FX hatten wir schon. TextEdit ist ja im Prinzip scheinbar dasselbe. Ich weiß nicht so richtig, was da der Unterschied jetzt ist zwischen TextEdit und FX. So, die Galerie hatten wir schon. Dann gibt es hier noch ein Gaming Center. Und zwar ist das das PrimeOS eigene Gaming Center. So, hier gibt es irgendein Angebot. Das wollen wir aber nicht in Anspruch nehmen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, eben entsprechend auch viele herunterzuladen und zu zocken. Und dazu muss ich eben im Play Store angemeldet sein. So, das werde ich jetzt mal fix machen. Das werde ich allerdings offscreen machen, weil ich jetzt hier gleich meine Zugangsdaten dazu brauche. So, ich habe mich jetzt hier bei meinem Google Account mal angemeldet. Und jetzt kann ich hier mal ausprobieren, ob das funktioniert. So, ich nehme jetzt einfach mal Extreme Car Driving Simulator und dann installieren wir das mal. Und so können wir eben auch schauen, dass das auch wirklich super funktioniert mit dem Google Play. Okay, vorneweg sei natürlich gesagt, ich habe jetzt, also dieser Laborrechner ist nicht der, ja, ressourcensstärkste Rechner. Kann also dennoch zu Einschränkungen kommen, was die Performance und die Leistung betrifft. Aber es geht ja auch ein Stück weit um Funktionalität. So, dann können wir jetzt hier einfach mal auf Peelen klicken. So, und hier zeigt er auch an, dass ich das jetzt hier starten kann. Das ist ja alles ein bisschen vollgeklatscht mit Werbung. Nicht so schlimm, ich gehe jetzt hier einfach auf Play. Vollbildmodus wird aktiviert, das ist in Ordnung. Und ja, dann wollen wir mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich das brauche. Hier werden jetzt Inhalte nachgeladen. So, willkommen, jawohl, akzeptieren. So, diesen, ja, dieses Game kann ich leider nicht spielen, da hier keine Eingaben irgendwie akzeptiert werden. Ich kann klicken, wie ich möchte. Da wird nichts akzeptiert, das funktioniert also nicht. Dann können wir das Ganze hier auch gleich wieder deinstallieren und probieren wir mal was anderes. Subway Surfer habe ich jetzt mal installiert, testweise, um mal zu schauen, ob das funktioniert. Das funktioniert allerdings hier nur im Fenstermodus, also kein Vollbild. Ich nehme mal an, weil man im Original das Gerät dann, das Tablet zum Beispiel, dann hochkant halten muss. So, hier soll ich jetzt ein Alter eingeben. Ich gebe jetzt hier mein gefühltes Alter ein. Und hier sehe ich jetzt schon auf dem Bildschirm die Buchstaben A, W, S, D. Das heißt, damit werde ich dann wahrscheinlich gleich spielen. So, Töne hört man natürlich jetzt nicht. Okay, also das funktioniert dann doch ganz gut. Und das scheint auch ziemlich fließend zu sein. Und ja, da kann ich jetzt hier munterlang hinzocken. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. So, und ansonsten kann ich so alles Mögliche installieren und auch nutzen. Das, was ich sonst auf meinem Android-Smartphone eben auch nutze und installiere. Kann alles auch synchronisieren und gegebenenfalls sogar auch eine Datensicherung durchführen. Wenn du also ein Android-Smartphone hast und hast da ja haufenweise Sachen drauf, kannst du das dann hierüber auch synchronisieren und hast dann hier auch Zugriff drauf. Ich werde jetzt hier mal testweise den Session Private Messenger installieren. Damit du mal siehst, wie dieser überhaupt funktioniert. Und zwar installierst du den einfach. Dann erstellst du eine Session-ID. Die wird dann hier zufällig generiert. Hier ist so auf Fortsetzen. Gibst deinen Anzeigennamen ein. Ich nenne den jetzt mal Typ Test, weil das ist natürlich jetzt hier nicht mein richtiger Session. Deswegen habe ich die Session-ID, die jetzt hier generiert wurde, eben auch ausgegraut. Nicht, dass er die hier versehentlich mal anschreibt. So, und im Prinzip kann man dann hier einfach weiter. Und man muss sich auch nicht registrieren oder ähnliches, sondern man kriegt im Prinzip seine Session-ID. Und das war es dann. Und dann kann man eine Session im Prinzip starten mit einer neuen Message. Und dann kann man hier eine Session-ID zum Beispiel eingeben. Oder man kann jemandem seine Session-ID fotografieren lassen. Hier mit diesem QR-Code, den ich ebenfalls jetzt hier ausgegraut habe. Oder man kann auch selber einen QR-Code scannen, wenn man Kamerazugriff hat. Zum Beispiel, weil man sich gerade mit einem Freund trifft. Und man kann dann so entsprechend seine Session-ID austauschen. Wer mir übrigens schreiben möchte, der geht hier einfach in den Browser seines Vertrauens. Gibt dann einfach mal ein typ.bio.link ein. Oder klickt hier oben einfach auf das i. Da habe ich das jetzt auch nochmal verlinkt. Und dann gibt es hier Session-Chat-ID. Da einfach rechtsklick, URL kopieren. Da ist nämlich keine URL drin. Und dann kann man die hier einfach eintragen. Zack. Und die brauchen wir jetzt hier nicht ausblenden, weil die ist korrekt so. So, natürlich ohne das HTTPS einfach nur diese Session-ID kopieren. So, normalerweise wird hier, wenn ich die Session-ID eingebe, hier unten ein Weiter-Button angezeigt. Das scheint hier aber aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall zu sein. Das ist aber dann nicht so schlimm. Das ist möglicherweise einfach nur ein Bug. Deswegen habe ich das jetzt mal umgekehrt gemacht. Ich habe hier ganz fix mal meinen QR-Code gescannt. Und hier bin ich auch. Jetzt habe ich mir hier quasi geschrieben, hallo. Und dann kann ich jetzt hier einmal akzeptieren. Das werde ich dann auch akzeptieren. Solange der Text vernünftig ist und da kein falscher Link drin ist, werde ich das alles auch akzeptieren. Immer die Anfrage. Und dann entsprechend kann man dann hier, ja, verschlüsselt und geheim im Prinzip schreiben. So, und dann funktioniert das auch. Ja, und ich merke es gerade. Ich habe es hier gekriegt. Meine Nachricht. Hallo, zurückbekommen. Ja, also das funktioniert. Das ist der Session-Chat. Der ist sehr sicher. Der ist verschlüsselt. Und das ist einer der wenigen Messenger, die die EU nicht so ohne weiteres irgendwie regulieren kann, da das vollständig dezentral ist. Und man registriert sich nicht. Es gibt also keinen Server, kein Unternehmen, das da irgendwie alle Zugriffe verwaltet, sondern es wird automatisch per Zufall eine Session-ID generiert. Und die ist absolut einmalig für jeden. Und ja, damit ist das Ganze dann mit dieser Session-ID quasi gesichert. Damit verschlüsselt man dann im Prinzip auch seine Nachrichten. Gut, dann kommen wir nochmal ganz kurz zum Terminal. Denn das ist wahrscheinlich eher mehr besonders, weil das nicht so normal ist bei Android-Geräten, dass man da ein Terminal mit hat. Hier gibt es dann das Terminal Termux. Und mit Termux, da kann ich ja alles Mögliche machen. Unter anderem Pakete installieren oder auch ein System-Update durchführen. Und zwar ganz einfach mit PKG. Also Sudo gibt es nicht. Und dann einfach Upgrade. Und dann werden die Pakete hier durchsucht, was alles so geupgradet und geupdatet werden kann. Und dann sage ich einmal Ja. Und dann wird das Ganze einmal geupdatet. Das geht also dann rucki-zucki. Und das ist dann so ähnlich, wie man das dann kennt. Hier lasse ich das alles auf Standard. So ähnlich, wie man das eben kennt, zum Beispiel bei Ubuntu oder Debian. Das sieht dann auch fast so ähnlich aus hier. So, damit ist das Ganze dann hier geupgradet. Ich kann jetzt hier nochmal suchen, aber in dem Falle ist jetzt alles up-to-date und aktuell. So, Pakete installieren kann ich auch. Ich weiß nicht, H-Top haben wir jetzt nicht. Aber hier sagt er mir auch schon, ich kann das installieren mit PKG. Install H-Top. Und dann wird das installiert und schon habe ich H-Top installiert auf einem Android-Gerät. Und dann werden hier alle Prozesse angezeigt, die hier laufen. Und das ist tatsächlich, wir haben wenig. Ja, und da haben wir auch schon einen kleinen Einblick mal in PrimeOS gemacht. Ein Android-Betriebssystem für den Rechner. Am besten für ein Tablet oder für ein Convertible-Laptop zum Beispiel. Das ist, glaube ich, am besten geeignet, wenn man noch Touchscreen hat. Und funktioniert aber auch so. Und vor allem das Schöne ist, man kann das Ganze dann einfach gegebenenfalls auch in eine virtuelle Maschine installieren. Wenn man zum Beispiel spezielle Android-Apps nutzen möchte, die es eben nur für Android gibt. Die eben nicht nativ auf einem Windows- oder Linux-System zu installieren gehen. Dann kann man hier entsprechend mal fix mit PrimeOS eine virtuelle Maschine aufsetzen. Und das Ganze funktioniert dann auch völlig normal. Natürlich sind Google-Dienste aktiv. Das heißt, hier ist sehr viel proprietäre Software mit drauf. Also es ist kein Open-Source-Betriebssystem in dem Sinne. Auch die PrimeOS eigene Software FX, womit man dann eben auch zum Beispiel per Fernzugriff per Web-Schnittstelle drauf zugreifen kann, ist eben proprietär und nicht quelloffen. Und das muss einem dann schon bewusst sein. Aber ich denke mal, das ist wirklich eine super Alternative zu allen Android-Emulatoren, die es sonst so gibt. Weil das Gute ist, man kann hier tatsächlich das ganze System auch einfach auf einem Stick laden und dann als Live-System routen. Und dann hat man so auch mal ganz fix Zugriff auf sein Android-System. So, ich selber nutze das jetzt nicht. Ich selber würde es jetzt hier nicht nutzen, denn ich selber besitze kein Android-Smartphone. Ich nutze seit vielen, vielen Jahren als mein Smartphone ein iPhone. Dadurch bin ich eben an die Apple-Dienste gebunden. Und deswegen mit Android kann ich da nicht allzu viel anfangen. Aber ich denke, für die, die es brauchen, ist es schon sehr, sehr nützlich. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.